Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Part, Uncharted 3, Drake's Deception. Ja, Sully ist anscheinend doch nicht tot, also anscheinend war alles, was, wir haben das Wasser getrunken, bis vorhin, also bis für mich vorhin oder eben für euch im Part gestern, bis zu diesem einen Punkt, wo die Halluzination nachgelassen hat, war das wohl alles Halluzination und das ist alles nie passiert. Ähm, richtig, richtig krass. Wir wissen jetzt, dass ein Halluzinogen im Wasser ist und dass das Talbot und Malo wollen. Ähm, also nicht das Wasser, sondern das Halluzinogen da drin. Und wir haben einen weiteren Schatz. Wie viele Schätze haben wir jetzt eigentlich? Äh, ach so, können wir da nochmal blättern? Haben wir noch irgendwas Neues eigentlich geschrieben? Das haben wir, das kennen wir ja schon alles. Das war unsere Cycling Tour of France. Das war die Walking, was? Walking Tour of Palästina und Syria. Okay, cool. Colonel Lawrence Hero of Arabia dies of injury. Ach, krass. Banishment, äh, okay. Äh, City of... Das sieht so gut aus. Ah, mal gut. Richtig Syrien. Was er alles so zeichnen kann, ne? Dass er doch alles aufschreibt. Das ist so cool. Genau, das haben wir ja gebraucht. Oh Gott, er hat das auch alles aufgebaut. Oh Gott, er hat das auch alles aufgebaut. Rotated. Ach, ist das geil. Sorry, ich feiere das gerade richtig hart. Ich muss mir das mal ganz kurz angucken. Genau, ein Teil haben wir davon ja genutzt. Wir haben es aber halt auch nicht so alles zu 100% angeguckt davon. Äh, geil. Ähm, so gut. The Wand of the Magic. Geil. Die Tarotkarten. Genau, die Tempel. Ja, das habe ich übrigens alleine gemacht, Kumpel. Entrance. Oh Gott, Elena. Oh, das Bild sieht so gut aus. Äh, ich wollte aber eigentlich gucken. Äh, okay. Wartet mal. Ne, stopp. Hallo, geh weg. Geh weg. Ich wollte gucken. Schätze. 56 von 100. Na gut, so gut sind wir dann doch nicht. Okay, ist hier oben noch einer? Nein. Okay, wir sind nicht so gut. Also, ich traue mich nicht in das Wasser zu springen, um zu gucken, ob da was ist, weil ich habe Angst, dass wir dann wieder halluzinieren und, äh, er trinkt bestimmt irgendein Wasser. Ist nicht sein Ernst, dass wir hochklettern müssen, oder? Nee, es ist bestimmt nicht sein Ernst. Hier kann man gar nicht klettern. Nee, Gott sei Dank. Ich habe gerade ganz kurz gedacht. Sully, ich bräuchte mal deine Hilfe. Bitte, hilf. Hilf. Vor allem hilf. Kennt ihr das, Hilf? Ja, ich wusste es. Aber von wo? Ach, die sind unten, ne? Die sind unten. Bleib doch hier oben, das ist doch viel sinnvoller. Sully, willst du dich wirklich mit ihm boxen? Na gut, komm. Ich komme runter, ich helfe dir ein bisschen. Ja, nee, ist klar. Machst du keinen Bock, da mal rauszukommen? Oh Gott. Oh, ich muss weiter nach vorne. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich da näher ranzugehen, aber... Oh, shit. Der behinderte Moment zum Nachladen ist aber nicht so schlimm. Da war ein Kopf. Ich habe es genau gesehen. Komm raus. Ich kann das sehen. Okay. Erst Nachladen. Zack. In die nächste Deckung. Headshot 1. Headshot 2. Munition. Okay. Komm raus. Das war's. Das ist so gut. Also, wenn ich nicht schlecht bin, dann läuft's. Wenn ich Ruhe zum Zielen habe, bin ich gar nicht so schlecht, ne? So, ich glaube, das waren die letzten. Wahrscheinlich kriege ich gleich voll eine Seite aufs Maul. Bevor wir da runtergehen. Ach, krass, ey. Ich merke's. Also, ich kriege gerade so ein bisschen gefühlt Motion Signals rein. Wir tun die Augen einfach gerade extrem weh. Äh, weil ich das gerade... Ach, schade. Ich dachte, hier unten liegt noch ein Schatz. Äh, ganz fit bin ich dann halt doch nicht. Ich merke's dann doch immer noch. Dass das gerade ziemlich anstrengend ist. Ach Gott. Jetzt kommt er schon wieder hier. Uh, was hat er denn da geworfen? Achtung! Okay. Aua. Okay. Pass auf! Oh, mein Gott. Oh Gott. Mäuschen, reiß dich zusammen. Ich kann's halt. Wenn ich will, ne? Ich kann gut zielen, wenn ich will. Wenn ich nicht will, dann ziele ich auch nicht gut. Äh. Ne, die wird wahrscheinlich auch nicht so viel Munition haben. Es lohnt sich wirklich, die jetzt mitzunehmen. Ja, ja. Sag mal, ist das nicht dein Ernst gerade? Uh, da drüben läuft ja noch einer. Wo kommt er denn her? Von hinten, du Arschmade! Okay, kann ich mich hier kurz hier unten in Deckung bewegen? Okay, der ist safe. Dann können wir hier den gehen. So, Headshot hier. Arsch! Jetzt nehmen wir das mal mit. Okay, ich muss gerade gucken, wo ich langlaufen will. Juhu! Da ist noch ein MC Hammer. Okay, vielleicht sollten wir den Hammer mal mitnehmen. Gib mir mal den Hammer. Ja, das war... Ach, das war halt dumm. Nein, nein, nein! Nein, nein! Okay, Moment, ich sollte zuerst den da oben machen. Meine Fresse, was ist denn? Alter, ich hasse sie! Was ist mit ihnen? Was ist mit ihnen? Was ist mit ihnen? Gut, der ist down. Die machen wir jetzt auch gleich fertig. Komm raus! Danke. Aufs Maul! Shit, ich habe nicht vergessen, es wegzudrucken. Ich habe nicht den Moment. Aufs Maul! Auch du! Alter, er steht so einen halben Meter vor mir. Und ich bin halt echt zu blöd. Okay, Moment. Okay, Moment. Ich überlege gerade. Ja, gib mir mal meinen M9. Den Sniper würde ich jetzt halt echt nicht mitnehmen dafür. Die haben ja aber auch nichts Cooles. Dann gib mir doch. Gib mir das mal. Ich glaube, es sei denn, wir haben halt auch echt nichts Cooles verloren. Oh Gott, Nathan, das war nicht mein Plan. Wir müssen da oben lang. Ich will aber einmal ein bisschen nach hinten. Könnte mir halt vorstellen... Ach so, nee, man hätte sich auch einfach runterlassen können. Ich dachte, hier liegt noch irgendwo ein Schatz. Sali, gehen wir aus dem Weg. Soll ein Schatzjäger. Toll. Keine Belohnung. Nichts versteckt sich hier. Wie gesagt, ich versuche euch die Huster weiter rauszuschneiden. Oh nein, 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 nein. Aua, wieso hat er denn da... Können wir ganz kurz... Und wann... Hä, wieso hat er denn da seine Waffe gerade nicht gezogen? Tauchen. Die wollen tauchen? Ja, die gehen auf jeden Fall ins Wasser. Hey. Aha, schön. Das behalte ich. Mhm. Okay, also wir lassen sie weiter tauchen gehen anscheinend. Äh, aber das Teil, was auch immer das ist. Temperatur, Wärme, Signatur, was auch immer. Lassen wir also. Hier nehmen wir mit. Guck mal, ganz vorsichtig. Schreit doch schon wieder nach. Wir ballern hier gleich wieder wild rum. Obwohl zur Abwechslung gerade auch mal was Nettes gar nicht so schlecht ist. Also einfach mal entspannt. Hat doch auch mal was. Mhm. Vorsicht! Sanft hochziehen. Soll das ein Witz sein? Wir müssen das Ding ausschalten. Äh, ne Idee? Na ja, die sind ne Überzahl, Junge. Wir, äh, wir trennen uns. Und frankieren sie. Ja, das könnte klappen. Das würde doch nix. Vor allem, als ob sie das nicht sehen, ne? Na, herzlichen Glühstrumpf. Nein! Haha. Ja, möchtest du mit reinkommen, Frau Lein? Hallo, wir müssen weg. Schnell! Komm, Sully. Ja, komm. Sag mir, dass du kein Wasser geschluckt hast. Ich glaube nicht. Okay. Genau deshalb gehen wir im Alley aus. Los, wir müssen weg. Ihr stützt gleich. Ich hätte gern einen Dollar. Ich hätte gern einen Dollar. Ich hätte gern einen Dollar. Okay, scheiße, auf den habe ich nicht geachtet. Ich hätte vielleicht nicht einfach wild reinrennen sollen, aber ich dachte, ich mache das mal. Ich mache das mal anders. Ich hätte gern einen Dollar. Immer wenn du das heißt. Ich mache mal einen Sniper, wenn das hier so wackelt. Schwierig, Leute. Schwierig. Kann ich einfach wegkriegen, Sniper. Äh, warte mal. Okay, der zur anderen Seite. Wo hat er sich denn jetzt Sniper verpisst? Okay. Okay. Das ist unsere Chance. Gib mir das schnell. Ah, shit, ey. Okay, wir hätten vielleicht nicht so weit vorpreschen sollen. Oh nein, ich war zu spät. Ah, Mama. Oh, Sniper, kannst du bitte sich ein bisschen zusammenreißen? Uh, Mama. Das ist halt gerade alles andere als einfach. Damit. Okay, gib mir das. Boah, ich bin zu hoch die ganze Zeit. Nathan. Hör auf, so zu wackeln. Das ist jetzt. Okay. Was ist das? Mama? Ah, gib mir mein M9 wieder. Ich bin dran, wo ich hinlaufe. Müssen wir da lang? Stimmt, oder? Müssen wir uns jetzt wieder hochdrehen? Wir müssen hier raus! Komm, ich brauche Hilfe! Wir helfen uns jetzt hier wieder hoch. Los! Attacke! Aber er mit seinem Schema ist auch so geil, ey. Uuuuh. Entschuldigung. Hey, deine Waffe ist scheiße. Lass mich los! Lass mich los! Nee, 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 du sollst da hoch halten, ey. Wie kommen wir hier raus? Die Zahnräder! Sonny, wir müssen damit nach oben, okay? Ach so, auf der anderen Seite? Really? Ja, okay. Doch müssen wir anscheinend. Wir stürzen alles ein! Fuck, da war ja doch einer. Ich hätte mal da hängen bleiben. Alter, die dreckige Lache, Leute. Habt ihr die dreckige Lache gehört? Haupts Maul, Kumpel! Bis... Bis Blei oder stirbt. Okay, wir machen das gleich so. Äh, die Zahnräder. Just saying. Wir müssen damit nach oben, okay? Hier stürzt alles ein! Hier hoch! Was ist denn wilder Dude, ey? Äh! Hä? Ihr wisst schon alle... Also wir wollen schon, glaube ich, alle gleich gut überleben. Wahrscheinlich übersehe ich hier gerade 5.000 Schätze. Äh, Sully, wo bist du? Hä? Wo ist er denn? Sully! Muss ich dich... Da ist er doch. Muss ich dich jetzt erst retten? Komm, komm jetzt! Mann, Mann, Mann! Ey, der Junge braucht echt eine extra Einladung. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, die Flucht hier raus. Äh, machen wir aber. Vervorstehen wir morgen in einem neuen Part. Oh, ich hoffe, es bricht jetzt hier nicht gleich alles über uns zusammen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.